Herzlich willkommen, meine Lieben, zum Hochzeits-Podcast von Sarah und mir. Hallo. Heute haben wir die aller, allerletzte Folge vor der Sommerpause. Das hast du aber spannend gemacht. Ich wollte es natürlich spannend machen. Natürlich nicht die allerletzte Folge vom Podcast, sondern wir befinden uns mitten in der Saison und haben schon ein paar Hochzeiten vor uns, nach uns. Und genau, da brauchen wir jetzt unsere Sommerpause, um uns dem Fokus für andere Projekte und die Hochzeiten zu widmen. Deswegen ist das jetzt so die letzte, letzte, letzte Folge vor der Pause. Aber auch hier haben wir noch ein paar Dinge zu erzählen, oder Sarah? Genau, wir wollten noch die allerultimativsten Tipps aus allen Folgen nochmal zusammenfassen und vielleicht können wir auch einen kleinen Einblick oder Vorblick, was auf uns so zukommt. Ja. Noch ein bisschen was erzählen vielleicht. 2024, was noch so ansteht, oder? Genau. Ja, also sollen wir mit den Tipps mal anfangen, oder? Ich hätte jetzt erstmal mit den, mit den Dings angefangen. Na gut, also Vorblick. Also was haben wir vor? Wir haben vor, wir haben schöne, schöne Hochzeiten vor, auch teilweise im Ausland. Was hast du noch schönes vor? Also klar, ich habe natürlich… Du bist ganz schön krass ausgebucht, ne? Ich habe natürlich, genau, dadurch, dass das Team noch am Start ist, haben wir recht viele Hochzeiten dieses Jahr. Wir fahren jetzt und fliegen nicht so weit weg. Wir haben eher regional Berlin-Brandenburg. Ziemlich viele Hochzeiten, aber bei mir ist es jetzt so, das Team ist jetzt mehr am Start. Ich versuche mich pöpö so ein bisschen zurückzuziehen, weil ich mein zweites Baby quasi hochziehen möchte. Das ist die Hochzeits-DJ-Schule und die wird dieses Jahr auf jeden Fall auch schon an den Start gehen. Und da, ja, die nimmt gerade sehr viel Zeit und das wird ein sehr, sehr großes Projekt noch. Sehr schön. Also wenn einer Hochzeits-DJ werden will, dann sind wir gespannt, was du da schönes zauberst. Ja, genau. Das ist schon mal retisert, aber es ist alles können in die Startlöcher, ne, quasi. Wir haben dieses Jahr ein paar TV-Projekte, also wenn ihr uns auf Sarah Lino folgt, auf Instagram, dann könnt ihr da mal immer aktuell sein, was da so am Start ist. Da werden gerade die Verträge unterschrieben. Oh, magst du, darfst du schon verraten, welche Sender oder noch nicht? Eine Folge Stern-TV. Oh Gott, also was Großes. Dann noch ein Interview mit RTL und unser hauptgroßes Projekt wird mit Welt zusammen sein. Welt und das war früher N24. Genau, N24. Da wird es eine Reportage über Hochzeitsplaner geben, quasi über uns. Also Riesen-TV-Sender. Ja. Nicht die kleine Filmkamera nehmen an. Nee, und das Schöne ist ja auch, dass es ein seriöser Sender ist. Ja, eben. Deswegen sind wir super zufrieden und super froh. Es wird ein oder zwei Pilotfolgen geben. Und wenn das gut läuft, dann vielleicht auch noch mehr. Mal gucken. Cool. Also folgt uns auf Sahalino dann, weil ich weiß selber noch nicht, wann es ausgestrahlt wird. Es wird jetzt erst mal gedreht. Genau. Cool, cool. Ja. Ja, wie ihr seht, also noch ziemlich viele spannende Projekte 2024. Absolut. Ja. Wollen wir weitergehen? Wollen wir ein paar Tipps raushauen? Ja, ein paar Tipps. Also ich habe ja Anfang diesen Jahres wieder viel Akquise gehabt. Da kommen dann immer viele Brautpaare Anfang des Jahres, die noch entweder last minute in dem gleichen Jahr heiraten wollen oder schon fürs nächste Jahr heiraten. Und in diesen Akquisegesprächen merke ich immer wieder, dass viele Brautpaare nicht den Unterschied sehen, was ist ein echtes Bild von einer echten Hochzeit auf so einer Webseite und was ist ein Bild von einem Style-Shooting. Also das ist ein gestelltes Bild. Es gibt dazu eine Podcast-Folge, was ist ein Style-Shooting und warum sollte ich das wissen? Ja. Hört euch diese Folge unbedingt an. Das ist so, so wichtig, finde ich. Verlinken wir noch in die Show Notes nochmal. Ja, also ich finde, das ist wirklich wichtig. Und zwar haben viele Dienstleister, die neu anfangen, machen ein Shooting, haben dann schöne Hochzeitsfotos und kreative Fotos und das heißt aber nicht, dass sie Berufserfahrung haben. Das heißt, sie haben noch nie eine Hochzeit gemacht oder wenig Hochzeiten gemacht und ihr bucht dann so jemanden und habt, denkt, der oder die hat Erfahrung und letztendlich haben sie es aber vielleicht nicht. Also schöne Bilder, es macht noch gar nichts aus. Und vor allem schöne Bilder auf Instagram. Wenn ihr da auf Instagram unter den Bildern so ganz viele Menschen seht, also wer war der Florist, also Florist, wenn die Blumen super toll sind, verlinke ich die auch manchmal. Aber wenn da alle stehen, so wer war der Florist, von wem war der Stuhl, wer war der Fotograf, wer war Brautkleid, wer hat Haare, Make-up gemacht. Wenn die alle, alle drunter stehen, dann ist es immer ein Shooting und das heißt, diese ganzen Menschen, die dort mitgemacht haben, haben bei diesem Bild wirklich nur ein Shooting gemacht. Es war keine reelle Braut, kein reelles Brautpaar, keine reelle Hochzeit. Also ich korrigiere nochmal vielleicht von meiner Seite aus eher ein Indiz. Also ich mache ja auch Hochzeiten, wo ich auch sehr, sehr viele verlinke. Das sind dann schon reale Hochzeiten, aber es ist schon ein großer Indiz dafür, dass das eine gestellte Hochzeit ist quasi. Insbesondere erkennt man das auch daran, wie viele Menschen auf den Fotos sind. Oftmals sieht man nur ein Hochzeitspaar oder vielleicht noch ein, zwei Komparsen und das war es dann. Und der Tisch ist nur für acht gedeckt oder für zehn oder so. Dann weißt du, okay, das war doch keine reale Hochzeit, vielleicht war es dann doch eher gestellt. Aber guck mal, Hung, wenn du was verlinkst, dann ist das ja auch manchmal so eine Hochzeit, wo du so filmst, guck mal, das war der Raum und dann sieht man ja auch den ganzen Raum für 80 gedeckt. Ja, stimmt. Dann sieht man, okay, das ist eine echte Hochzeit. Aber wenn das jetzt nur ein tolles Foto ist von einem tollen Brautpaar und einer tollen Deko mit so einem Achtetisch, Zehner, maximal Zwanzigertisch, das sind ganz oft nur Shootings. Und davor, also wir haben auch schon Shootings gemacht. Einfach, wenn man mal zeigen will, guck mal, bunte Deko ist auch schön oder so, wenn man kreativ sein will, ist da gar nichts gegen einzuwenden. Aber Vorsicht vor den Dienstleistern, die nur ein, zwei Hochzeiten und nur diese ein, zwei Shootings auf der Webseite haben. Die haben einfach keine Berufserfahrung. Guckt euch unbedingt, unbedingt die Webseite und auch das Instagram an und vor allen Dingen auch die Bewertung auf Google. Wie alt sind die Bewertungen? Und denkt auch dran, es gab Corona, da fallen zwei Jahre mindestens, hatten wir kaum Hochzeiten, die fallen weg als Berufserfahrung. Ja, also wenn einer, es tut mir leid, aber wenn einer 2020 angefangen hat, hat er im Corona-Jahr angefangen. Das heißt, 2021 hat er noch gar keine Berufserfahrung. Der hat mit 22 vielleicht ein paar kleine Aufträge gehabt. Das heißt, er hat nur eine richtige Saison in 23 gehabt. Denkt dran, weil eine Hochzeit, ich würde euch immer raten, nimmt da diejenigen, die die meiste Berufserfahrung haben, weil es passiert so viel verschiedenes Zeug und alle, egal welcher Bereich, wir müssen manchmal immer improvisieren. Ja. Dann ist das Wetter auf einmal total schlimm und die Blumen sehen scheiße aus, müssen in Schatten getragen werden oder … Man muss schon sehr flexibel sein an dem Tag, definitiv. Es passiert immer irgendwas und in jedem Bereich oder irgendwas, wenn ein Florist kracht irgendwas und der muss sich spontan reparieren. Also wir alle machen spontan irgendwelche Sachen wieder neu oder die Fotografen müssen bei jedem Wind und Wetter die richtige Linse dabei haben und gerade das Richtige drauf haben. Du arbeitest halt auch mit Menschen und jeder ist unterschiedlich, vielleicht auch unterschiedliche Kulturen, jeder tickt anders und da muss man super, super flexibel sein. Das ist nicht vorgetaktet auf Hochzeit. Genau und deswegen, also wenn alles sicher sein soll, dann guckt euch auf jeden Fall die Bewertung an und nur wenn einer ganz viele Bilder mit Brautpaaren hat, heißt es zum Beispiel im Hochzeitsplaner-Bereich nicht, dass das alles geplante Hochzeiten sind. Es kann auch sein, dass das nur in Anführungsstrichen Hochzeitsreden waren. Also seid ein bisschen detektiv und recherchiert ein bisschen hintenrum noch, dass ihr wirklich so ein bisschen stalkt, was ist das für ein Mensch und vor allem, was ist das für ein Mensch? Also es muss menschlich auch passen, dass ihr auf jeden Fall Termine macht und ich würde, also wenn ich Brautpaar wäre, würde ich einen richtigen Termin machen, dass ich ins Büro zu dem Dienstleister fahre. Also vor allem so ein wichtiger Mensch wie ein Hochzeitsplaner oder mich in einem Café treffe, wenn er kein Büro hat. Und einfach, dass man sieht, wie ist es auf der menschlichen Seite, weil ihr arbeitet so lange mit diesen Menschen zusammen, wenn die euch dann irgendwie unsympathisch sind. So ein Videocall ist irgendwie nicht so fassbar, oder? Was meinst du? Ja, ich habe immer … Also für so Wichtige, für die Wichtigsten, also so ein Hochzeitsplaner ist halt krass wichtig, finde ich. Genau, genau. Also es kommt wirklich auf die Dienstleister auch an und ich bevorzuge auch wirkliche, reale Treffen. Manchmal ist das nicht möglich, weil das Baupau oder das Hochzeitsplaner einfach woanders lebt. Das ist natürlich eine andere Sache. Bei mir ist das Problem, ich habe bis zu 50 Hochzeiten im Jahr. Das heißt, ich müsste mich 50 Mal treffen, mindestens. Oftmals treffen wir uns zweimal, das heißt 100 Mal treffen. Wird schwierig von meiner Seite aus. Aber der Hochzeits-DJ ist ja im Vergleich zu einer Hochzeitsplanerin nicht so nah dran in der Planung und auch nicht so nah dran im Detail. Wir haben natürlich unsere gewissen Sachen, die wir besprechen und natürlich ist es auch ein zwischenmenschliches Ding. Aber du, Sarah, oder ihr die Hochzeitsplaner, Planerinnen, ihr seid ja viel, viel mehr im Kontakt. Ihr seid ja wirklich im Minutentakt. Also ihr seid ja wirklich über diesen Zeitraum. Bei jedem Thema dabei. Bei jedem kleinen bisschen seid ihr ja da Ansprechpartner. Und insofern würde ich da auf jeden Fall mitgehen, dass wir da ein reales Treffen schon bevorzugen, weil ihr da natürlich viel, viel mehr Berührungspunkte habt. Mit einem DJ habt ihr zwischen eins und vier, kann auch mehr sein, aber so im Durchschnitt zwischen ein und vier Berührungspunkte nach dem Vertragsabschluss. Also man hat ein Kennenlernen, danach noch eine Detailbesprechung und zwischendurch kommen noch vielleicht ein, zwei Sachen. Meistens war es das im Durchschnitt, aber bei euch ist es ja viel mehr. Deswegen, ja, sehe ich genauso. Dann lieber ein reales Treffen. Aber gut, also mein Tipp zusammengefasst, stalkt eure Dienstleister, ob sie auch wirklich genug Berufserfahrung haben und lest die schlechten Bewertungen, lest die guten Bewertungen, macht euch wirklich ein eigenes Bild und hört auf euer Bauchgefühl. Das wäre so mein wichtigster Tipp eigentlich. Ja, Achtung, kleine Werbepause. Auf unserer Webseite findet ihr Geschenke für das Paar, für die Trauzeugen und für die Gäste und ihr könnt die sogar personalisieren. Das ist auch super für jeden Junggesellenabschied. Es gibt nicht nur T-Shirts, Hoodies, sondern alle möglichen Sachen. Schaut unbedingt mal rein, www.hochzeits-podcast.com. Genau, schaut gerne rein und jetzt geht's weiter. Ich habe viele Tipps, aber es ist schwierig auf einen mich einzuschießen, aber ich habe einen trotzdem so gefunden. Mein Credo ist immer bei Hochzeiten, wer billig kauft, kauft zweimal und das ist halt schwierig auf Hochzeiten. Sollte nicht sein, dass du zweimal kaufst. Worauf ich hinaus will ist, bucht einen Profi, so wie du gesagt hast, mit Berufserfahrung, der flexibel ist, der sich auf die Gegebenheiten einstellen kann, weil sonst wird es echt schwierig. So ein Hochzeitstag lässt sich nicht wiederholen. Ihr wisst, die Gäste, die Familie, die Freunde nehmen sich alle Zeit, um da zu erscheinen. Es ist echt ein großer Tag und da wollt ihr nicht einen Laien haben an dem Tag, der da wirklich von tut und blasen einfach keine Ahnung hat. Und das lässt sich, wie gesagt, nicht wiederholen, deswegen wirklich jemanden Profi. Ich hatte Hochzeiten, Do-it-yourself-Hochzeiten hatte ich auch schon gehabt, sprich, dass vieles alleine gemacht wurde, um Kosten zu sparen. Ich will das jetzt gar nicht bewerten, was mit Geld und so, sondern einfach nur auswerten. Also gerade, wenn Kosten gespart werden, viel selber gemacht wird, ich sehe das an den Hochzeitspaaren, die sind gestresst. Ja, das ist schade. Oder gestresst her, sagen wir es mal so rum. Ich hatte Hochzeiten, da hat der Beutigam noch die Stühle eingesammelt, abends, weil sie geliehen wurden. Die Gäste haben noch angefangen, das Deko abzubauen, weil der nächste Tag leergeräumt werden muss. Die Trauzeugen haben fungiert als Hochzeitsplaner, Planerinnen. Freunde haben Catering gemacht oder irgendwas. Ich habe schon wirklich viele Sachen Do-it-yourself-Hochzeiten gesehen. Ich habe einfach die Erfahrung gemacht oder das beobachte ich als Außenstehender. Die Gäste, die so stark involviert sind an dem Tag, die genießen den Tag viel weniger. Die können gar nicht abschalten. Die schalten erst spätestens dann ab, wenn alles getan ist, das Programm durch ist und dann die Party beginnt. Aber dann sind sie schon so im Eimer und freuen sich schon, wenn die Party vorbei ist. Das ist halt schade. Wie gesagt, der Tag, den lässt sich nicht wiederholen. Bucht euch, gönnt euch da Dienstleister, Profis auch in dem Fall. Und dann genießt ihr auch eure Feier und das wird dann auch ein Ereignis, die einfach zeitlos bleibt im Kopf. Und insofern, ja, ist das mein Tipp. Ich würde dann auch lieber ein paar Sachen weglassen. Wenn das Budget das einfach nicht hergibt, würde ich eher ein paar Sachen weglassen. Ja. Und die Sachen, die euch am wichtigsten sind, da jemanden wählen, der wirklich gut ist. Damit das nicht schief läuft und man muss ja auch nicht alles haben. Mein Gott, man sieht so viele Ideen auf Instagram, man muss nicht alles haben. Das finde ich gut. Ich hatte jetzt auch ein Pärchen, die gesagt haben, ey, Hung, wir wollen dich haben. Du bist ein großer Posten auf meiner Hochzeit, aber wir wollen dich trotzdem haben. Wir lassen die Fotobox weg. Und ich so, ey, geil. Also es ehrt mich sehr, dass ihr da eine Dienstleistung weglässt, damit ich ins Budget noch reinpasse. Und haben sie dann, haben mich dann gebucht. Das finde ich auch cool. Also ja, klar, du kannst auch Dienstleistungen weglassen, wo du einfach selbst, wo du vielleicht auch selber sagst, das ist nicht so wichtig. Das kann ja sein. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Ja, genau. Cool, das waren also unsere wichtigsten, allerwichtigsten Tipps. Ansonsten hinterlassen wir euch ja echt viele Folgen. Also ich weiß gar nicht mehr, was das jetzt hier für eine Folge wird. Auf jeden Fall sind wir schon bei über 130. Über 100 Folgen, auf jeden Fall. Genau, hört euch gerne jede Folge an. Wir haben es alles mit Liebe aufgenommen. Und wenn wir noch irgendwas vergessen haben, schickt uns gerne Tipps, was noch fehlt an Folgen, was, ob noch ein Thema fehlt, ob ihr noch eine Frage habt. Kleine Fragen, die jetzt brisant sind noch für dieses Jahr, können wir natürlich sehr gerne beantworten. Und wenn es wirklich Themen sind, wo wir eine Podcast-Folge machen können, dann freuen wir uns auf euren Input, weil wir sind dann wieder im Herbst, Winter, 24 geht es dann wieder weiter nach der Hochzeitssaison. Genau. Haben wir uns vorgenommen, ne? Ja, wir bleiben dran. Also der Hochzeitspodcast lebt weiterhin. Sehr gut. Ja, in diesem Sinne freuen wir uns natürlich auch sehr über eure Bewertungen, dass ihr fleißig, euer Dankeschön an uns für unsere Arbeit, ist eine Bewertung, egal wo ihr uns hört, freuen wir uns sehr, wenn ihr da etwas hinterlasst für uns. Genau. Ja, vielen Dank für die Bewertung voraus schon mal. Und in diesem Sinne wünschen wir euch einen schönen Sommer. Ja, bis dahin. Bis bald. Tschüss. Tschüss.